Bitte die Luft anhalten. In Amerika wurde ein Ausschuss gebildet, der entscheiden sollte, welches das beste Buch der Welt sei. Die Wahl fiel auf dieses Buch. Und so geht es los. Das ist der Grund und gleichzeitig die Basis für dieses Video. In dem ich Absurdes, Unehrliches, Lächerliches und Idiotisches zeigen werde. Hallo und willkommen zu einem Referenzvideo. Ein Video, auf das ich mich bei Gelegenheit mal beziehen werde. Und ich werde hier so umfassend wie möglich und so detailliert wie nötig arbeiten, um ein möglichst vollständiges Produkt abzuliefern, was dann so ziemlich alle Wunderbehauptungen wissenschaftlicher Art im Koran erklären wird. Und zwar als ungültig und widerlegt. Wenn dir diese Behauptungen wichtig sind, dann bitte schließe ich jetzt dieses Video, weil ich diese Behauptungen komplett zerstören werde. So wie ich das ja bereits mehrfach auf meinen englischen Kanälen gemacht habe. Das Irre daran ist ja, dass es ja bereits öfters gemacht wurde. Und so jedem ernsthaften Menschen, der gewissenhaft recherchiert, bekannt sein müsste. Na gut, also es geht um ein altes Buch, genannt Koran, das angeblich von dem Gott geschrieben wurde, der von Muslimen angebetet und verehrt wird. Und das Buch selber wird ebenso verehrt wie der Mann, der das Buch angeblich übermittelt haben soll. Und es soll, wie es sich für antiken Aberglauben gehört, Zaubersprüche beinhalten, die vor Verletzungen schützen sollen, oder vor Krankheiten, oder vor schwarzer Magie, oder dem bösen Blick. Weil ja der Gott des Islam mächtiger ist als Frauen, die auf Knoten blasen, was immer das auch bedeuten mag. Leider ist es aber so, dass der Koran nicht nur antiken Aberglauben bedient, sondern angeblich auch Fakten wissenschaftlicher Natur enthält. Und hier tauchen für mich jetzt Probleme auf, weil diese Behauptungen sich in Luft auflösen, sobald sie denn wissenschaftlich untersucht werden. Es stellt sich heraus, dass dieses Buch einfach nur von Menschen verfasst wurde und auf keinen Fall von einem Gott, der ja solch gravierende Fehler gar nicht machen könnte. Und die Person, die maßgeblich verantwortlich ist für diese falschen Behauptungen und damit diese ganze interne Zerfleischung des Korans und damit im übertragenen Sinne des Islams, ist eine einzige Person. Maurice Buquet. Doktor Maurice Buquet. Und das ist jetzt genau das, was ich hier zeigen möchte. Und das soll dann als Plattform, als belastbare Plattform dienen für zukünftige Videos. Und mir ist bekannt, dass manche Islam-Apologeten angeberisch und reißerisch ankündigen, sie würden Nägel mit Köpfen machen. Nur liefern die dann leider nur Strohhalme. Bei mir hingegen, da gibt es Daten, Fakten, Informationen. Was ich hier und heute machen werde, ist, ich sehe mir die Person des französischen Arztes Maurice Buquet an. Wer er war, warum und was er gemacht hat. Und so baue ich das auf. Und ausnahmsweise fange ich dann vorne an und es begab sich zu der Zeit... Also in den 60ern hat ein Franzose namens Maurice Buquet sein Medizinstudium abgeschlossen, hat in Paris gearbeitet, naja und ist dann 1975 als Gastroenterologe nach Saudi-Arabien gekommen, wo er als Hausarzt im Hofe von König Faisal tätig war. Gleichzeitig hat er durch sein Hobby oder ein Hobby den ägyptischen Präsidenten Sadat und seine Familie betreut, die er über dieses Hobby, nämlich die Ägyptologie, kennengelernt hat. Und dieses Hobby, die Ägyptologie, in der er allerdings erbärmlich ignorant war. Und das habe ich mehrfach belegt und mit dem Team von Islamic Awareness über Jahre ausgefochten. Aber die haben dann schließlich klein beigegeben und eingelenkt. Fachleute haben das nur müde belächelt und gesagt, dass es Lärmen der Unsinn sei. Das heißt, Buquet war also kein Wissenschaftler und auch kein Ägyptologe, sondern einfach nur ein geldgieriger, unehrlicher katholischer Arzt, ein Internist und ein Autor. Jetzt kommen wir zu dem Warum. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Vor 50 Jahren, circa, gab es in Jemen einen Moslem, einen gewissen Abdul Sindani, der manchmal auch Abdul Majid Al-Sindani heißt oder auch Asindani. Aber ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Sindani. Und er wird oft mit rotem Bart gezeigt, basierend auf einer wagen Überlieferung, nach der das Mohammed auch gemacht haben soll. Und dieser Sindani ging irgendwann an eine Uni in Ägypten, war aber dort nicht so recht willkommen und musste wieder gehen. Fiel aber einem anderen Islamisten oder Apologeten auf, einem Doktor der Geologie, die Sagrul Nagar. Und hier muss ich jetzt einen kurzen Nebenarm einfügen. Mit dem bin ich zusammengerasselt, als er sich als Autorität für Geologie aufplusterte und bestätigte, in seiner Funktion als Doktor der Geologie, dass ja der Mond in zwei Hälften geteilt worden war, wie im Koran behauptet wird. Und er könne das bestätigen. Naja, ich habe mich dann ein paar Mal mit ihm unterhalten und war entsetzt, wie ungebildet er als angeblicher Doktor der Geologie in Wirklichkeit war. Also habe ich mal nachgesehen. Und auf seiner Webpage habe ich dann seine Uni gefunden. Naja, und die hat mir dann auf meine Anfrage hin nur bestätigen können, dass er ein Semester lang eingeschrieben war und auch keine Dissertation vorlag. Das ist jetzt seltsam. So, und jetzt, naja, einige Zeit später habe ich dann in den Nachrichten mitbekommen, dass eben diese Uni schließen musste, da sie Doktortitel verkauft hatte. Als ich Nagar damit konfrontierte, verschwand sein Doktortitel von seiner Webpage, ich wurde blockiert, das Übliche. Also, er war kein Wissenschaftler. Er wird zwar Professor genannt, meist von sich selber, aber da gibt es keine Berechtigung für. Er hat keinerlei Fachkenntnisse und hat nie etwas Relevantes oder Sinnvolles veröffentlicht, sondern nur in diesen vier Heftchen den Koran zitiert. Ende Seitnamen. Also, dieser Nagar nahm also diesen Sendani unter seine Fittiche und stellte ihm einen Mäzen vor, der ihn fortan finanzierte. Und sogar als geistiger Mentor für diesen Menschen wurde ein gewisser Osama bin Laden. Ja, genau der, der auch später auf einem Buchumschlag bei seinem Schützling als Mäzen aufgeführt ist. Also, der Finanzierer, der aber geistig von dem Sendani beeinflusst wurde. Und jetzt also mit ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet, etablierte er ein Institut, das Commission on Scientific Science in the Koran and Sunnah in Jeddah. Und danach ging er als Extremsalafist in die Politik, ging zurück nach Jemen und ist nach wie vor eine gesuchte Person. Warum auch immer. Aber für mich primär von Interesse sind seine diversen Aktivitäten rund um die Behauptungen von wissenschaftlichen Wundern im Koran. Und ein Wunder, ich meine, ist ja ganz einfach, das widerspricht den physikalischen Grundgesetzen, ist also per Definition nicht wissenschaftlich. Also, in den Wissenschaften gibt es keine Wunder, da sie ja wissenschaftlich nicht zu erfassen und damit nicht erklärbar wären. Das hat aber Sendani wenig interessiert. Und deshalb hat er mit seinen Aktivitäten eigenhändig einen katastrophalen Schaden angerichtet und hat fast den gesamten Islam zerstört, was vor ihm noch nie einer geschafft hat. Er hat nämlich, warum weiß ich nicht, er hat den Koran und mit ihm dann natürlich den Islam unter das grelle Licht und das Mikroskop der Wissenschaft gezerrt. Und das übersteht ein Märchenbuch nicht. Und er hat das im Wesentlichen durch drei Aktivitäten geschafft, indem er erstens ein Arzt, ein Nicht-Muslim, unseren Dr. Maurice Bickey angeheuert hat, um den Koran zu verfälschen, ihn umzudeuten, um zu interpretieren und zu projizieren, um diesen wissenschaftlich korrekt aussehen zu lassen. Und dann zweitens wissenschaftliche Konferenzen organisiert hat und dort Nicht-Muslim-Wissenschaftler interviewt und Schnipsel dann zu einem Film zusammengefügt hat. Naja, das hat dann so ausgesehen, als hätten die etwas Relevantes über den Koran gesagt. Und dann drittens einen Autor aus Kanada dazu gebracht, etwas über Embryologie zu sagen, als ob das, was im Koran steht, irgendwie korrekt sei. So als Steigerung zu Bickey. Anstatt jetzt Nägel mit Köpfen zu machen, die sich eh als Strohhäume entpuppen, mache ich es jetzt richtig, also alles Punkt für Punkt ausführen und dann belegen, damit jeder für sich mal überlegen kann, was hier eigentlich los ist. Weil ich erwarte nicht, dass jetzt jeder alles sofort akzeptiert. Nur, dass man ein wenig reflektiert und darüber nachdenkt, im Stillen versucht, das zu erklären und sogar versucht, sachlich zu widerlegen, was ich jetzt sage. Nur, um hier Klarheit zu verschaffen. Es bedeutet nicht, dass es keine Götter oder Göttinnen gibt. Nur, dass die Behauptungen, dass es Wunder wissenschaftlicher Natur gibt, im Koran, und dass das, was im Koran als wissenschaftliche Aussage steht, korrekt ist, dass das leider falsch ist. Es bedeutet aber auch, dass dieser Sindani ein Scharlatan ist, dem Wahrheit, Ethik und Integrität völlig egal sind. und dass es korrupte Nicht-Muslime gibt, denen das genauso egal ist und für die finanzielle Anreize wichtiger sind. Ich habe das, ja, das habe ich doch alles vor zehn Jahren schon mal zusammengetragen und fasse das hier lediglich auf Deutsch zusammen, um einen Einblick in die Machenschaften hinter den Kulissen zu geben. Denn, wenn man das jetzt nicht anguckt, dann kracht das alles in sich zusammen und das reißt dann leider auch noch die Glaubwürdigkeit von Koran und Islam mit sich. Die Wissenschaftler, die Sindani verleumdet hat, haben sich nämlich zum Großteil davon distanziert und aufgeklärt, was genau damals passiert ist und wie sie getäuscht wurden. Was die Geschichte mit der Embryologie angeht, das werde ich separat auseinandernehmen. Hier geht es aber erstmal nur um Bükei. Was hat Bükei denn jetzt gemacht? dass es sogar einen nach ihm benammten Bükeiismus gibt. Und was genau ist das eigentlich? Naja, Doktor der Medizin, Maurice Bükei, hatte von Sindani den Auftrag bekommen, mit Koranschulen, also Matrassas, den Koran Wort für Wort, Satz für Satz durchzukämmen und eventuell verwertbare Worte oder Sätze zu identifizieren, die heute anwendbar wären. Und dafür hatte er drei Jahre Zeit und okay, ich sage, ihm wurden für jedes Jahr eine Million Dollar zur Verfügung gestellt. Die Erlöse des eventuellen Buches, was er schon vorhatte, waren hiervon ausgenommen. So, jetzt ich selbst habe diesen Vertrag damals noch online gefunden. Aber ich war damals so naiv zu glauben, dass diese Seiten, diese Dokumente, diese Verträge, erhalten bleiben würden. Und damals konnte ich auch nicht so einfach Screenshots erstellen. Aber, nachdem ich mein Ergebnis veröffentlicht hatte, damals wurden diese Seiten gelöscht, sodass ich heute nackt dastehe und meine Behauptung nicht belegen kann, sondern nur als persönliche Meinung äußern kann. Das ist alles, was ich habe. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Also kann man das glauben oder nicht. Aber, um zu verstehen, was Bükei angerichtet hat, das ist was anderes. Weil da ist es am einfachsten, sich einfach mal anzusehen, was er in diesem seinen Büchelchen da geschrieben hat. Und da kann man dann schnell erkennen, dass er aufzeigt, wie schlecht der Koran tatsächlich geschrieben ist, wie vage und mehrdeutig alles formuliert ist, dann versteht man auch, warum, sagen wir mal, zehn Islamgelehrte elf Meinungen zum Inhalt von Sitzen in diesem Buch haben. Und jeder Satz im Koran muss ja erst persönlich interpretiert werden, kann daher auch gegenteilige Interpretationen als Ergebnis haben. Also das genaue Gegenteil einer wissenschaftlichen Ausarbeitung. Ich, wenn ich etwas mache, ich muss Daten bereitstellen, die nachvollziehbar sind und auch nachgestellt werden können, damit Fakten auch als solche akzeptiert werden können. Ich muss Annahmen klar definieren und Algorithmen begründen, Gewichtungen aufzeigen und mit den dazugehörigen Annahmen, sonst wird mir das um die Ohren gehauen. Ich muss den Aufbau des Experiments darstellen, mitsamt allen Umgebungsvariablen, um ein Ergebnis überzeugend darstellen zu können. Es muss dann bestätigt werden, nachvollziehbar bestätigt werden. Wenn nicht, dann wird das einfach nur zurückgewiesen. Im Koran reicht hingegen für Islam Apologeten ein vages, mehrdeutiges Wort, wo man sich auch noch dazu eines der Inhalte je nach Bedarf rauspicken kann. Zum Beispiel Himmel, das kann so viele verschiedene Bedeutungen haben und dann kommen Islam Apologeten und nehmen sich da einen von der und sagen genau das ist das, was im Koran steht. Und daher geht das, was Bükei gemacht hat überhaupt. Und in seinem Buch oder diesem Büchelchen die Bibel der Koran und die Wissenschaft kritisiert er in der ersten Hälfte die Bibel oder den Inhalt der Bibel die wissenschaftlichen Inhalte der Bibel und nennt das wissenschaftliche Fehler. Also ich nehme aber jetzt statt des Originalbuches was eigentlich schlecht übersetzt ist, nehme ich lieber die strukturierte Ausgabe von Dr. Bilal Phillips. Beide habe ich hier zum Vergleichen. Also falls jemand hier einen Täuschungsversuch meinerseits wittert, ich kann beide vorlegen und zeigen, dass die im Grunde genommen identisch sind, nur der Bilal hat das besser strukturiert. Aber dann ab der zweiten Hälfte des Buches, also Seite 64, in der mir vorliegenden Ausgabe von 1995, widmet Bükei sich dem Koran in dem Kapitel der Koran und die moderne Wissenschaft. Was auffällt, ist, dass der Koran von ihm a priori als zum Islam Apologeben stellt den Islam als ausschließlich friedliebend dar, sagt aber gleichzeitig, dass Übersetzungen Interpretationen sind. Aber das sollte doch jeden Leser wachrütteln und diese Übersetzungen dann kritisch betrachten lassen. Also ich für meinen Teil, wenn ich recherchiere, nehme ich immer den Corpus Coranicum sowie Corpus Coran als Hilfestellung, um die Wort-für-Wort Inhalte zu bekommen, die alten und auch die grammatikalischen Feinheiten zu verstehen. Und dazu habe ich aus meinen Studienzeiten ein dreibändiges Werk des Word-for-Word-Korans, sodass ich meist auf ältere Übersetzungen und Erklärungen zurückgreifen kann und eben diesen Bükeiismus, also die modernen Projektionen ignorieren kann. Denn neuere Texte, Übersetzungen, Interpretationen bis hin zur Exegese durch Gelehrte wurden und werden immer noch einfach angepasst, weil ja kaum ein Mensch wirklich Altarabi studiert hat und den Koran so lesen kann. Die Texte werden verfälscht, um den Gott des Islam zu schützen, auch wenn dies unehrlich ist. Aber er ist wahrscheinlich so schwach, dass das unbedingt nötig ist. Und da sieht man dann sofort den Effekt. Wenn zum Beispiel ein Wort wie riesig oder ausgedehnt jedes Mal genauso benutzt wird, nur an einer einzigen Stelle im Koran, da wird es verändert. Und den Koran sagen lässt, ich dehne es aus, als Aktion, was da ja gar nicht ist, also grammatikalisch. Dann, naja, da kommt dann noch die Unwissenheit dazu, sodass der Satz dann zeitweise hieß, stetig ausdehnen, was aber, als die Wissenschaft weiter war, zu einer erneuten Änderung des Korans geführt hat und das Wort stetig wieder entfernt werden musste. Weil ja das Universum in den nicht gebundenen, also durch Anziehungskräfte gebundene Teilen, sich beschleunigt, ausbreitet und nicht stetig. Aber naja, das ist halt die Gefahr, wenn man eine wissenschaftliche Darstellung nicht versteht und absolut aussehen lässt. Also das Wort, also riesig oder auch ausgedehnt, das wird dann verändert in der Übersetzung und der Exegese, so dass es zu ich dehne es aus oder ich bin der Ausdehner oder was immer wird und ich bin der Ausdehner. Okay, aber das genau ist der besagte Bücherismus. Keine Übersetzung, keine Exegese, keine Interpretation, die ätter ist als 100 Jahre und dann wird das Wort als ein Verb oder Handlung mit Ausdehnen oder Expandieren als Inhalt benutzt. Also in den Älteren findet man nur riesig, ausreichend oder ausgedehnt. Das Wort riesig beinhaltet keine Aktion, kann daher auch grammatikalisch kein Handlungssubstantiv sein. Bücher hat lediglich die Ähnlichkeit von ausgedehnt mit dem Verb ausdehnen benutzt, um es so darzustellen, als ob der Koran von einem sich ausdehnenden Universum spricht. Obwohl das Wort an anderer Stelle im Koran so nicht benutzt wird. Ich meine, außerdem, es ist ja sowieso Blödsinn, da der Satz als Behauptung an sich, also wir sind wohl imstande, ihn zu erweitern, weder erfasst noch verifiziert werden kann. Noch dazu, wo sich das Wort ihn auf Himmel bezieht, was ja absolut nichtssagend ist, kann ja auch wieder alles oder nichts sein. Das ist dann halt apologetend, wie die es dann so anwenden, wie es gerade passt. Also wissenschaftlich falsch. Es kann Himmelsgewölbe, Erdatmosphäre oder Gegenteil von Hölle heißen, oder Aufenthalts des Islamgottes, das Universum, Autodach von innen und 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 und. Also wissenschaftlich irrelevant. Es entbehrt auch nicht der Komik, da Gott als der Ausdehner oder Gott der Ausdehnende bezeichnet wird. Sorry, ich finde das komisch und ziemlich albern. Und was seltsam ist, dass jeder, der das hier gelesen hat, doch hätte bemerken müssen, dass Bucquet selber in seinem Büchelchen, da sagt das hier kein Verb ist. Erhebt das doch ganz klar hervor. Daher ist meine Vermutung, dass Islam, Apologeten heute, eher auf den Bestätigungsfehler reinfallen und nur das sehen, was sie sehen wollen. Getreu dem Spruch, wir suchen Wahrheit, finden aber nur das, was uns gefällt. So ein Zufall aber auch. Naja. Mittlerweile gibt es aber auch von Seiten ehrlicher Muslime Widerstand. Die merken, dass der Islam hier schwer leidet, weil es durch die Untersuchungen und Analysen durch die diversen Wissenschaften offensichtlich wird, wie schlecht der Koran geschrieben ist. Auch der Sindani-Film, den ich vorhin erwähnt habe, der wurde mittlerweile analysiert und jeder mit kritischem Denkvermögen erkennt sofort, dass sie einfach nur projiziert und dann gelogen wird. sagt, wenn bei einem Interview, einer der interviewten Wissenschaftler nicht das gesagt hat, was Sindani wollte, hat er einfach behauptet, im Off, also ohne, dass der gezeigt wurde, dass Doktor so und so gesagt hat, XYZ. Und da lügt er wie gedruckt und behauptet etwas, was derjenige nie gesagt hat. Und das wissen wir, weil wir die Wissenschaftler gefragt haben. Also ich habe Antworten, in denen ganz klar gesagt wird, wer und was, wann, wem gesagt hat. Und zusammen mit dem Rationalizer, der ist sogar zu einem Interview mit einem, ich glaube sogar zwei mit den Wissenschaftlern, der ist da rüber geflogen und hat die Antworten auf unsere Fragen auf Video aufgenommen. Und diese Videos mit den Interviews, die sind noch heute verfügbar. Und jeder kann das ganz schnell verifizieren, dass Sindani hier nur gelogen und betrogen hat. Naja, das Beispiel hatte ich ja schon am Anfang. Das ist eine so dermaßen absurde Behauptung, dass es doch an Satire grenzt. In Amerika wurde ein Ausschuss gebildet, der entscheiden sollte, welches das beste Buch der Welt sei. Die Wahl fiel auf dieses Buch. Das ist doch nicht nur idiotisch, das ist richtig blödsinnig. Es soll um jeden Preis der Eindruck erweckt werden, dass der Koran etwas besonderes Tolles ist und nicht etwas besonders Falsches. Und da wird halt mit viel Geld tief in die Trickkiste gegriffen. Buch Buch war Arzt widmet sich Arbeit der Ägyptologie und der Astronomie und man merkt sofort, dass er hier nicht viel Ahnung hat, weil seine Äußerungen einfach keinen Sinn ergeben. Witzigerweise stellt er auf Seite 77 einen Widerspruch dar, weil im Koran steht in 32 5 bzw. 74 in einem Zeitraum, dessen Maß 1000 Jahre beträgt, in einem Zeitraum, dessen Maß 50.000 Jahre beträgt, ja was denn nun? Und das arabische Wort für danach, dann oder anschließend, zum mal, endet er einfach um, in daher, dass sich das mit anderen Sätzen beißt, das ist ihm egal. Auf der einen Seite einer, hier diese riesenlange Liste aus dem Koran, die muss ich abbrechen, weil die einfach zu lang ist, kommt das immer wieder als dann vor, nur einmal, als es einen Fehler darstellen würde, im Zusammenhang mit dem Universum, wird es plötzlich uminterpretiert. Das Wort im Koran, also die Übersetzung des Korans wird geändert, in seiner Bedeutung als daher, weil es sich ja so schön anhört und deswegen stört es ja auch die Islam Apologien nicht. Ob es wahr ist oder nicht, das ist ja egal. Und das ist auch Bükeismus, die Projektion von wissenschaftlichen Daten in ein einziges vages mehrdeutiges Wort des Wortlautes an sich, also eine Anpassung des Korans an wissenschaftliche Erkenntnisse, was er wissenschaftliche Übersetzung nennt, was ja per se schon unehrlich ist, dann ist ja keine Übersetzung mehr. Bükei stört es aber nicht, dass die Erde bei der Entstehung des Universums nicht dabei war. Aber im Koran steht das so. Und deswegen ist es ein Fehler im Koran, der sich auf ca. 10.000 Millionen Jahre beziffert. Oder zum Beispiel das Rauch und Gas, die sind absolut nicht ähnlich. Und ich muss mich als Mensch schämen, dass es Vertreter meiner Spezies gibt, die so unehrlich sind und andere so dermaßen schamlos betrügen können. Nur aus Geldgier. Dass im Koran ständig von sieben Welten, sieben Himmeln und sieben dies und jeres und jeres die Rede ist, das fällt Biquet nicht auf, das stört ihn auch nicht. Dass das ganz klar wissenschaftlich falsch ist, das ist ihm egal, es tankiert ihn nicht. Hauptsache er bringt ihm Kohle und für seinen Arbeitgeber hört er sich Buch und springt zur Seite 105, wo wir auf sein Fachgebiet kommen, dem Menschen als biologisches Wesen. Hier müsste er sich doch etwas auskennen und mit einigen Fehlern aufräumen. Denkste, das wäre ja ehrlich, stattdessen wird es noch schlimmer. Er behauptet stumpf, dass bei der Entstehung von Menschen die richtigen Worte fehlen damals und daher die Verwendeten einfach das bedeuten müssen, was wir heute in der Realität sehen, obwohl sie vollkommen falsch sind. Was ja durch einen weiteren Autor, den Anatomie Professor Keith Moore später noch weiter verfälscht wird. Und ich werde das mal in Detail auseinander nehmen in einem eigenen Video, weil die Darstellung dank Buquet und Moore höchst komplex geworden ist und die Glaubwürdigkeit des Korans dadurch komplett zerstört wird. Ich 5 im Koran steht, wir lassen in den Mutterschößen ruhen, was wir wollen, bis es zu einer bestimmten Frist und so weiter. Bei Buquet wird dieser Satz, diese blumige Aussage zu, die befruchtete Eizelle nistet sich im Uterus ein. Das ist schon dreist. Auch eher witzig ist die absolute Behauptung, dass Alaka etwas heißt, was Festklammern ist. Klammert sich ein Embryo an irgendetwas? Nein, natürlich nicht. Er schließt aber kategorisch aus, dass es ein Blutklumpen ist. Auch der heute so präsente Blutegel kommt für ihn nicht in Frage. Warum nicht? Sein Kollege würde vehement widersprechen. Aber er verkündet stolz, der Koran enthält keine einzige Aussage, die der Kritik der modernen Wissenschaft ausgesetzt wäre. Das ist Bükei-Smus. Lügen und dann behaupten, man könne das nicht kritisieren. Okay, wir haben jetzt ein paar Beispiele gesehen, wie Bükei-Worte im Koran verändert. Wer kann mir sagen, was in diesen Sätzen dort Bükei beschrieben wird. Dann formt er ihn, haucht ihm von seinem Geist ein, er hat euch gehör und augenlicht und herzen gegeben, doch euer Dank ist recht gering. Oder dass ihr die zwei Geschlechter erschafft, männlich und weiblich aus einem Samentropfen, da er vergossen wird. Allah hat euch aus Erde erschaffen, dann aus einem Samentropfen, dann macht ihr euch zu Paaren, keinem Freibfeld schwanger und so so schuf er aus ihm Paar Mann versteht ihr was da steht was könnt ihr euch vorstellen was Bükei damit sagt richtig ihr habt es verstanden natürlich wird hier die Entstehung von Penis und Vagina sehr detailliert korrekt und wahrheitsgetreu beschrieben steht auf Seite 109 der Typ ist so durchgeknallt und danach geht er auf den Sexualkunde Unterricht dem Koran ein was ich überspringe weil es nur noch peinlicher wird aber Islam Apologeten glauben das und verbreiten das ein Sakjanaik hat darauf ein ganzes Imperium gegründet Lug und Betrug nur fliegt das halt auf weil eben die Realität stärker ist die durch Wissenschaften analysiert und dargestellt wird jetzt heute mit der Zeit und das können Koran und Ko nicht auch wenn Scharlatane wie Sakjanaik oder Arun Jachja das probieren weil der Typen wie Sindani den Grundstein gelegt haben der jetzt dem Islam zu Verhängnis wird weil Millionen jünger Leute merken dass sie verkohlt und belogen werden und den Islam verlassen das wollen viele Muslime nicht wahrhaben dass es so viele sind und wehren sich dagegen es zu akzeptieren es ist aber so es wird immer noch diese Schutz behauptung als Propaganda verbreitet Islam ist die am schnellsten wachsende Religion Ne Kinders Ne ihr bedrückt euch selber und leider bedeutet das auch dass die jenigen die nach wie vor am Islam festhalten fundamentaler sind was leicht ausgenutzt werden kann weil eben die die ein bisschen agil sind geistig den Islam verlassen das ist immer ein völlig anderes Thema also ich hoffe ich habe gezeigt wer Bükei war was Bükei ismus ist woraus es besteht warum es überhaupt entstanden ist und warum es nur eines ist absurd Bükei ismus ist das Resultat von Betrügern die mit Gewalt etwas Falsches verbreiten wollen ohne Rücksicht auf Ehrlichkeit oder Integrität ohne Rücksicht auf andere Menschen und die damit mehr Schaden anrichten als wenn sie geschwiegen hätten es ist der verzweifelte Versuch ein extrem schlecht geschriebenes Buch besser aussehen zu lassen ohne sich um den hässlichen Inhalt zu kümmern Und naja zum Schluss noch etwas Kurioses Trotz aller Lobesarien durch Bükei ist er seinen eigenen Aussagen zufolge nicht zum Islam konvertiert sondern Christ geblieben wohl weil seine öffentlichen Ansichten eher gut bezahlte Lippenbekenntnisse waren Also ich hoffe ich habe etwas zum Verständnis des Bucheismus beigetragen und dass ihr die Zuschauer losgeht und das selber überprüft und verifiziert oder falsifiziert denn nur so gelangen wir zur eigentlichen Wahrheit Bis zum nächsten Mal Ciao für now